Ihre Liebe hat die Probe überstanden. Der Moderator Mola Adebisi, 50, hatte vor drei Jahren seine Freundin Adelina Zillai kennen und lieben gelernt. Zusammen nahmen sie am Sommerhaus der Stars 2021 teil. Vom Sommerhaus-Fluch merkten die beiden jedoch nichts. Wie die Frohnatur ausplauderte, haben die beiden sich sogar kürzlich verlobt. Gegenüber Promiflash verrät Mola nun, wie er auf seine Sommerhaus-Erfahrung mit Adelina zurückblickt. Er denke sehr positiv an seine Zeit im Sommerhaus zurück, erzählt Mola im Promiflash-Interview. Von diesem angeblichen Sommerhaus-Fluch spüren wir nichts. Das hat uns enger zusammengebracht, das war eine ganz tolle Erfahrung. Zudem seien sie sich ihres Liebesglücks klarer geworden. Wir sind uns noch mal bewusster geworden, was wir aneinander haben, als wir alle Paare im Vergleich hatten. 不要 dich tailgatsten.